Herzlich Willkommen zur HORNBACH Meisterschmiede. Heute zeigen wir dir, wie man eine WC-Spülung einbaut. Die Montage einer WC-Spülung hängt stark von deiner Ausgangssituation ab. Du kannst zum Beispiel ein bestehendes System erneuern oder von Druckspüler auf Spülkasten umbauen. Wenn du ein Vorwandelement verbaust, ist da dein Spülkasten schon dabei. Das zeigen wir dir in der Meisterschmiede WC einbauen. Außerdem wie du verschiedene WC-Arten montierst. Hier zeigen wir dir folgende Varianten. Einen alten Druckspüler gegen einen neuen tauschen. Den alten Druckspüler gegen einen Spülkasten tauschen. Oder einen alten Spülkasten gegen einen neuen tauschen.